Wir haben heute in diesem Tag 25 Jahre Partnerschaft Hessen in Nier-Romania. Wir haben 25 gute Jahre hinter uns und wir wollen aber die Beziehung noch vertiefen. Darum sind wir heute hier zusammen. Ich freue mich drauf. Eine kleine und hoffentliche Zukunft wichtige Organisation ist auch die Landsenergie Agentur. Der Quadro der Nier-Romania ist sehr nahe. Wir haben zwei Jahre später, im Julio 2015, ein Betten für die Arbeit. Ob das Pamegiano de Giano ist, ob das Prosciutto di Parma ist, ob das Aceto Balsamico di Molina ist. Hessen Emilia-Romania, 25 Jahre Partnerschaft, 25 Jahre Erfolgsgeschichte. Wir setzen den Erfolg fort in den Bereichen Mobilität, Innovation, Kultur und Kreativwirtschaft. Hessen Emilia-Romania.